Stell dir mal vor, du bist ein neuer begeisterter Magic-Spieler oder seid lang mal wieder dabei und du hast von diesem Laden gehört, in dem er mit anderen Magic spielen kann und möchtest das mal ausprobieren. Du gehst dorthin, hast ein einziges Deck in einer Pappschachtel aus einem Starterdeck und noch eine kleine Tupperdose mit Tauschkarten in deinem Rucksack. Du gehst in die Spielecke und siehst sie dort, eine Gruppe an Leuten, die wirklich Magic spielen, aber sie haben ihre Karten in Hüllen, um damit zu spielen, daneben ihre Deckboxen mit Würfeln und Glassteinen, schöne Spielmatten unter ihren Karten, dicke Tauschordner und sogar ganze Koffer voller Karten. Unweigerlich bist du eingeschüchtert von dem, was du da siehst und fragst dich, ob du überhaupt dazugehörst. Zuerst einmal, hey du spielst das Spiel, also komm dazu. Es ist vollkommen egal, dass du im Grunde nur deine Karten und sonst nichts hast, wenn du neu im Hobby bist. So hat jeder mal angefangen und damals 1993, als das Spiel neu rauskam, war das der Normalzustand. Dass wir mittlerweile als Hobbyisten haufenweise Geld ausgeben, um unsere Karten zu schützen und gleichzeitig Individualität damit zeigen wollen, bedeutet nur, dass uns das Spiel und die Leute, mit denen wir es spielen, sehr am Herzen liegen. Das meiste haben sich die Spieler auch erst nach und nach gekauft, je länger sie Zeit mit dem Hobby verbracht haben und je wichtiger es ihnen geworden ist. Außerdem haben sie mehr darüber erfahren, wie wertvoll ihre Karten sind und haben sich auch extra mal teure Karten für ihr Deck gekauft, sodass natürlich auch der Wunsch dazu gekommen ist, diese bestmöglich zu schützen. Meist gibt etwas das Format und die Menge an Karten, die du dafür kaufst, vor was du eigentlich überhaupt an Zubehör brauchst. Wirst du dich eher als Turnierspieler für Modern, Pioneer oder Standard versuchen, kann es sein, dass du nur eine Deckbox und gute Hüllen für ein Deck kaufst und diese erst ersetzt, wenn sie total bespielt aussehen. Als Turnierspieler besitzt man nämlich meist nur ein oder zwei Decks für sein Format und verkauft viele seiner Karten wieder, sobald sich etwas an den spielbaren Karten ändert. Man hat also gar keine große Sammlung. Vielleicht schwappst du in dem Feld ja auch komplett zu Magic Online oder Arena über und wirst überhaupt kein Zubehör mehr brauchen. Entdeckst du eher Limited für dich und spielst im Laden viel Draft oder Sealed, wirst du dir mit den Karten, die du daraus mitnimmst, wahrscheinlich eine größere Sammlung zusammenstellen über die Zeit und sowohl viele Commons und Ankommens sowie Rares und Mystics zu verstauen haben. Dies löst sich für die seltenen und wertvollen Karten dann am besten mit Ordnern, welche mit vorgefertigten Seiten, wie die von Ultra Pro oder einfach Ringordner mit gelochten Plastikfachseiten, was dir lieber gefällt. Für den Rest Bigboxen, Deckbauboxen oder einfach Storageboxen aus Plastik oder Pappe. Zum Spielen selber brauchst du für das jeweilige Deck im Limited Event auch wieder nur eine Deckbox mit Hüllen und diese so lange, bis sie kaputtgespielt sind. Lebenspunkte, Zähler und Würfel und Spielsteine wirst du auch schnell zu schätzen wissen, um in dem teils doch komplizierten Spiel immer den Überblick zu behalten. Hierfür gibt man auch normalerweise kein Vermögen aus. Ein Sonderpunkt ist die Playmat, der eigentlich nur je nach Tischoberfläche relevant ist. Sind die Tische dort, wo du spielst immer sauber, reichen Hüllen eigentlich vollkommen aus. Genau wie besondere Hüllen ist eine Spielmatte mit einem netten Bild, aber natürlich auch ein Weg, deine Persönlichkeit zu zeigen, genau wie Fanshirts oder sonstige Accessoires. Meist braucht man davon auch nur eine in seinem ganzen Leben oder über Jahre hinweg, wenn sie nicht die beste Qualität hat. Außer man möchte natürlich oft das Motiv tauschen. Ich habe festgestellt, dass es fast am meisten Zubehör braucht, wenn du in Commander einsteigst oder mehrere oder sogar alle Formate leidenschaftlich verfolgst. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du viele Decks baust und für den Komfort jedes schon vollständig in Hüllen haben willst, was bei Commander sogar hundert Stück sind und jedes in seiner eigenen Deckbox haben willst. Wenn du ein richtiger Zubehörnerd geworden bist, hast du zehn deiner Decks dann sogar in einem passenden Werkzeug oder Kleinteile Koffer verstaut oder hast dir für hunderte von Euros individuelle Holzboxen anfertigen lassen. Das letzte war jetzt etwas übertrieben, aber ein bisschen kann man in den Schutz seiner Karten schon investieren über Zeit. Jeder muss selber seinem Bauchgefühl folgen, wie viel er wirklich braucht, aber gute Hüllen und Deckboxen geben auf jeden Fall ein Gefühl von Sicherheit für deine Sammlung. Zusammen mit einem robusten Ordner für Tauschkarten. Gib lieber einmal etwas mehr Geld für Qualität aus, als immer wieder Billigware kaufen zu müssen und lass dich gerne in deinem Spieleladen des Vertrauens dafür beraten. Sehr empfehlenswert sind auch die Produktreviews von Tolarian Community College, wenn ihr gut Englisch könnt. Schauen wir zum Schluss noch kurz auf meine Sammlung, um mit ein paar guten Beispielen voranzugehen. Ich habe ja mittlerweile über 20 Commander Decks, da ich dieses Format am häufigsten spiele und habe jedes dieser Decks in Dragonsleeve Matthüllen gesteckt. Davon kostet eine Packung mit 100 Hüllen zwar 10 Euro, aber es sind die besten Hüllen, die du kriegen kannst. Mir ist noch nie eine davon kaputt gegangen, sie sehen nach über einem Jahr Spielen immer noch top aus und sie fühlen sich super gut an beim Mischen und Spielen selber. Kann ich also absolut empfehlen. Alle meine Karten, die über 10 Euro wert sind, habe ich zudem doppelt gesleeved. Also ich habe sie in eine klare Perfect Fit Hülle getan, kopfüber und dann in eine Dragonsleeve richtig herum. Das verhindert, dass ein ausgeschüttetes Getränk die Karte beschädigt und glaubt mir, das wollt ihr bei diesen Karten. Die Dragonsleeves sind außerdem dick genug, dass man beim Spielen und Ziehen nicht merkt, dass Karten doppelt gesleeved sind und andere nicht. Bei Casual Formaten wie Commander wird da eh nicht so scharf drauf geachtet. Ich habe mir in meinem Spieleladen zudem Bundleboxen der letzten Sets gekauft, in dem ich gut zwei Commanderdecks inklusive Würfel und Tokens verstauen und transportieren kann. Die Pappe ist auch dick genug, dass alles drin relativ sicher ist. Für mein teuerstes Deck habe ich mir aber ein Ultra Pro Satin Tower geholt, die Königsklasse in dem Segment. Normale kleine Deckboxen reichen bei einem gesleeveden 100-Karten-Deck leider nicht aus, weswegen man schon genauer gucken muss bei diesen. Den Rest meiner Sammlung habe ich in zwei Ordnern. Einen guten von Ultra Pro für meine Tauschkarten, was eigentlich nur Rares und Mythics und brauchbare Uncomments sind und einen, den ich mal irgendwo gratis bekommen habe für meine Promokarten und Vollcomments, die ich wahrscheinlich eher nicht vertauschen werde. Der Rest meiner Uncomments ist in einer alten Tinbox und die Comments und Länder in einer großen Pappschachtel, die man extra für solche Kartenmassen kaufen kann. Als Spielmatte habe ich eine weiße Ultra Pro, die ich mit Copics selbst bemalt habe, für das absolute Individualitätsfeeling. Wie macht ihr das und auf welches euer Zubehörteile seid ihr besonders stolz oder könnt es empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen!